Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Donnerstag, heute ist der 14. Dezember 2023 und es ist 9.45 Uhr. Nach Viertelstunde geht mein Stream los, da wird gespielt und zwar Spider-Man. Nachdem wir Cyberpunk diese Woche beendet haben, spielen wir Spider-Man. Ich muss noch das Display umhängen, fällt mir gerade auf, da ist er noch Faultier-Man mit Kaffee. Ja, und dann gucken wir mal, wie weit wir heute kommen, ob wir morgen noch einen Stream brauchen oder ob wir heute vielleicht sogar die Story durchspielen. Wir werden es sehen. Ja, ansonsten, gestern war ich in Oranienburg beim Haareschneiden, Nadine hat mir die Haare schön gemacht, kürzer. Sechs Wochen haben sich dann doch abgezeichnet, meint sie, das war schon ordentlich. Nächster Termin ist am 17. Januar in fünf Wochen. Ja, und dann war ich in der Firma und dann war Weihnachtsfeier, die war ganz gut soweit. Was ein bisschen gefehlt hat, war irgendwie eine Eröffnungsrede oder zumindest ein kurzes Hallo und viel Spaß. Alles gab es nicht und ja, wir waren zwei Stunden. Zwei Stunden waren wir da und dann sind wir so langsam aufgebrochen. Also einige aus jetzt unserem Team sind dann los, aber war schön mal so da zu stehen und sich zu unterhalten und ein bisschen was zu trinken. Ich habe Wasser und Cola getrunken und zu essen gab es auch so Käsespätzle und Pommes und auch Wurst. War ein bisschen hier und da schwierig, weil die Stromversorgung immer mal wieder unterbrochen war und die dann nicht erhitzen konnten. Und Käsespätzle ist ja so ein Klumpatsch. Also so eine Masse Nudeln mit Käse und das muss ja erhitzt werden. Und wenn die keinen Strom haben, das ging irgendwie die erste Stunde nicht. Und dann mussten sie erstmal lösen, dass sie da Strom kriegen. Ja, und dann ist der Pommes-Lkw irgendwie ausgefallen. Dann hatten sie da keinen Strom und ach, egal. Dinge, die halt passieren. Ja, bis zur Weihnachtsbaumverlosung haben wir es nicht mehr geschafft. Sie war 2015, wir sind irgendwann um 19.15 Uhr, glaube ich, da raus. Und ein paar Leute gesehen, hallo gesagt und nächsten Dienstag gehen wir jetzt nochmal in kleiner Runde auf den Weihnachtsmarkt und werden uns abschießen mit Kinderpunsch und heiße Schokolade oder so. Mal gucken. Ja, so ist der Plan. Ja, ansonsten war es ein schöner Tag. Ich bin gestern viel gelaufen. Ich habe irgendwie, naja, 20 Minuten zum Potsdamer Platz. Dann von Oranienburg aus eine halbe Stunde zur Friseurin. Eine halbe Stunde von der Friseurin zurück zum Bahnhof. Und dann nochmal nach der Weihnachtsfeier 20 Minuten zurück. Also war schon gut in Bewegung gestern. 60, 100 Minuten. Ja, und heute habe ich auch schon mein 30 Minuten Hüpftraining hinter mir. Und ja, jetzt gibt es, wie gesagt, gleich leckeren Tee, Cosmi-Tee und Spiderman dazu. Ja. Ich hoffe, bei euch ist alles gut soweit und ihr habt eine schöne Zeit. Und ja, wenn ihr mögt, kommt gerne vorbei. Heute 10 bis 14 Uhr Spiderman und 15 bis 18 Uhr Alamedic 2. Um 18.30 bin ich mit Marco, wollte ich schon sagen, nee, mit André zum Fortnite spielen verabredet. Aber das wird offstream passieren. Das wird nicht gestreamt. Okay, dann gehabt euch wohl, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern, so wie ich mich immer gerne ärgern lasse und über Dinge aufrege, was es eigentlich nicht wert ist. Ja, und dann bis morgen zum nächsten täglichen Vlog. Tschüss.